So, willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir sind immer noch, naja, mehr oder weniger in der Roten Mine, aber wir sind auf dem Weg nach draußen. Ich mache natürlich unsere Notizen. Wir haben nach nur, insgesamt glaube ich, fast 60 Minuten rumrätseln. Das hat echt lange gedauert. Die stand auch wirklich lange doof rum. Na gut, aber 30 Minuten nachdem war ich ja verwirrt und bin vor und zurück gelaufen und hab mich gefragt, wofür ich den Scheiß brauche. Vor allem mit den Mollis hier, würde ich mich drüber ja wundern, warum hier die Mollis rumliegen, obwohl die, glaube ich, in den Dingen davor waren. Wo ich immer noch nicht verstehe, warum auf diesem Rohr da so staub liegt. Wahrscheinlich, weil da tatsächlich auf so ein Rohr sich halt Staub ansammelt und es total klar ist, wenn da immer von oben sowas runter voll fällt, dann ist es total logisch. Aber normalerweise ist es halt so weißer Staub und so. Es ist halt in diesem Spiel halt immer irgendwie ein Symbol dafür, dass es immer so was man angrabbeln kann. Das ist generell so der, der, der mittlerweile der Industriestandard, ne? So, ich weiß gar nicht, welches Spiel überhaupt irgendwie mal so Kletterkanten hatte, wo die nämlich gekennzeichnet waren. Das ist, das ist eigentlich in jedem Spiel mittlerweile heutzutage. Also, sei es jetzt Horizon oder, oder, oder hier in Tomb Raider oder in Mirror's Edge, da sind die Kanten halt immer irgendwie gut gekennzeichnet. Da hast du doch gar nicht viel Idee, kommst, irgendwo in der Landschaft rumzuspringen, wo keine Kanten sind, die du dir nicht anfassen kannst. Wahrscheinlich auch zusätzlich für den Level-Designer, der halt auch nicht durchrum irren will. So, können wir jetzt eigentlich wieder die Tür hier aufmachen? Hm, ne, okay, wir müssen also immer noch rausklettern hier. Na gut, sei es drauf. So, wir haben eine Hauptquest zu er... Hauptquest zu erledigen. Wir müssen nämlich... Was war das gerade? Das grün? Hier war gerade so ein grünes Ping. Ping? Hm. Na egal. Äh, wir müssen... Interessant, dass manche Ressourcen respawnen. Was ist denn das? Ist das eine Falle? Ach nee, das ist ein Rückweg. Dafür bin ich mal... Schwingen Sie neben den Seilfeld und hängen in Seilrolle schießen? Ja, gewiss. Gewiss. Ach, hier war ich noch gar nicht. Eifriger Lerner. Yay. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Ist... Sind so Sowjetorden immer mit einer M6-Mutter festgemacht? Ist das normal? Das ist... Ich dachte, das sind eher so Pindinger. Ich ziehe das Ding da an der Ecke. Achso, okay, drückt halt. So, rät hier. Und bei manchen Schränken musst du halt drücken. Und bei manchen Hälse gedrückt. Je nachdem, was verschlossen oder aufständen ist. Wir finden... Hey, Giftmolik. Dann hab ich's nicht gesagt. Ich muss den Scheiß nicht suchen. Finden sie von alleine. Und da geht's runter. Und? Oh, bald hab ich Russisch Level 3. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, zumindest kyrillisch-phonetisch zu lesen. Ah, ist noch nicht so weit geworden. So, und jetzt kann ich da bestimmt runter und Geheimnisse entdecken. Oh, warte mal, das war der Shortcut wieder raus, oder? Mist. Das heißt leider, dass wir den Weg jetzt wieder zurück drücken müssen. Tut mir leid. Weiß übrigens nicht, ob ich das mit diesen Crafting-Materialien so gut finde, ne? Dass es so viele sind. Hey! Ich hab einen neuen Bogen freigeschalten. Cool. Ich find ja diese Propaganda-Bilder mit diesen... Besonders diesen Farbsthemata, wie auch immer das eigentlich heißt. Vielleicht nicht Art Dekor, aber wie auch immer diese Art des Farbsthematas heißt. Die find ich irgendwie von gewisser Art und Weise ansprechend. Obwohl ich natürlich die Sowjet-Propaganda als solche... Ehr ablehne. Hier wird noch mehr feierungen gewesen. Wir müssen wohl leider wieder hoch. Äh. Ja? Ist noch ein Spind. Naja, okay, das so. Nöp, 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 nöp. Nop, nop, nop. Aber immerhin, wir können uns gleich zum Lagerfeuer gehen. Unseren neuen tollen Bogen ausprobieren. Hast du russische Level 3? Kannst du bei... Kannst du bei den U-Bilding hinaus? Sieger blieet. Ähm. Hast du der Steinhardt-Salz, ne? Hab ich das irgendwie... Das hängt ja schon gelesen. Wäre auch ein wunderiges, was ich nette. Weiß nicht, ob ich jetzt endlich den Russian-Squad richtig kann? So, ich habe jetzt den Compound-Bogen. Ähm. Nicht so wie diese Bögen hier. Todesatm. Da ist ein Schammoder-Bogen mit einer einzigartigen Kronenfaser-Musterung. Ist das das Ding jetzt gleich wie der Compound-Bogen? Von den Stadtsherr würde ich sagen, ja, oder? Alter, wir können ja das Ding ausrüsten. Ja. Der Todesatm ist der Compound-Bogen. Ich kenne quasi... Das ist quasi nur... Alter, sieht das Ding modern aus. Die Weiße Witwe ist, glaube ich, der normale Bogen. Ja. Leuchtvoller ist ein ganz anderer Bogen. Ah, das wäre derart Bogen. Alter. Also das ist quasi... Was habe ich total dumm? Das hasse ich, ne? Das so... Also die quasi die... Das Ding zieht langsamer, macht dafür aber mehr Damage. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist für mich, dass das Ding mehr Schaden macht. Weil... Ich bin jetzt ja nicht so der schnellste Schütze. Oder Schütze in diesem Fall. Also das ist... Das Ziel, wir sehen, fällt mir ja schwer. Ich nehme ja trotzdem den hier. Also das ist sowas, finde ich ja ziemlich dämlich, wenn du spiele dir mit irgendwelchen... Vorbesteller irgendwas Zeug. Also an sich sind es ja nur die Waffen, die du regulär spielen kannst. Ja. Aber ohne, dass du die freispielen musst. Also du musst ja keine Gräber oder sonst irgendwas machen, um an diesen Bogen ranzukommen. Du hast ihn einfach nur so. Ohne, dass du da verarbeiten musst. Und das finde ich ja ziemlich dumm. Weißt du? Weil... Das... Das... Was soll denn das? Warum wackelt dieses... Das Ding dauernd so... Das ist so wie Erika. Weil... Genau wie mit den Pistolen. Du hast quasi von einem anderen Revolver und das ganze Zeug hast du ja durch diesen... DLC und... Also das ist mein Fall jetzt, weil ich halt irgendwie die... Lara irgendwas... University... Collector's Edition... Was weiß ich... Kauft hab auf Steam. Aber auf jeden Fall haben wir angeboten. Das war billig. Zumindest war es billiger. Ich hab einfach alles genommen. Hm? Hm. Hast du. Skins könnten ja reichen. Könnte ich seine Arka hier nicht mitnehmen? Hm. Es sind ja... An sich sind es ja nur Skins für die Waffen, die du normal hast. Hm. Hm. Und die Pilze jetzt noch ja. So. Hier muss ich... Ja, ja. Spiel auf zu nerven. Ich hatte doch hier genau... So. Wo führt das bitte schon runter? Wenn nicht... Wenn nicht dieses Ding, was ich... Boah. Oh. Oh. Die Kameradrehung gerade. Hab ich schon erzählt, dass ich eine VR-Brille gekauft hab? Das ist... Oh. Da liegt noch was. Wie kommen wir da hin? Das ist im besonderen Hinblick auf der Tat... Da unten liegt noch was. Guck mal da. Da ist noch was. Das ist im besonderen Hinblick darauf, dass mir bei... Äh... Tun wir weiter. Wenn sich alles einmal schneller dreht, bereits schlecht wird. Vielleicht keine gute Idee, oder? Da bin ich gerade runtergerutscht. So, warte mal. Dann können wir aber von... So, ich wollte ja... Genau. Ich kann ja mit der blauen Maus empfindlich... Das ist jetzt die... Was ist jetzt die... Das ist die langsame Maus. Ich finde ich kenne da. Genau. So, warte mal. Wir können... Ach so. Ne, aber hä? Wie soll ich denn von der Hütte... Ist ja nicht. Könnte hier irgendwie was runterfallen lassen. Weil... Ich will ja da hin quasi. Dafür müsste ich quasi diese Klappe da durch. Aber das andere Ding für der... Ich kann mich ja nicht aufhalten. Guck mal, ich fahre da runter. Das ist das... Und das müsste da irgendwie rein. Dafür müsste ich quasi unter mir in diesen Block hier. Irgendwie. Hä? Ich muss quasi einen tiefer als das Ding hier kommen. Müsste ich mal hin. Ich bin noch nicht aufgemacht. Hey, noch ein Giftfall. Ich kann nicht mehr rausgehen. So. Ich müsste quasi von hier aus... So. Ich müsste in diesen Block... Aber der Block geht nicht. Aber ich müsste da irgendwie rein. Warte mal. Moment, 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 Moment. Moment mal. Ich kann hier ein Seil machen, wa? Ist doch bestimmt irgendwo so ein Seilposten. Aber wo? Wo, wo, wo ist der Seilposten? Ist der da oben? Äh. Also ich kann da rüber glittern von irgendwo. Ich vermute mal, von dem Haus, in das wir gerade reingeklettert sind, oder? Guck mal, da sieht auch noch mal Munition aus. Vor allem, wie komme ich denn da ran? Kann ich einfach stumpf hoch... Nee. Kann ich wie im Vorg... Harte mal, ne. Kann ich einfach wie im Vorgänger balancieren? Nee. Toll. Tö. Hä? Ist das hier eigentlich ein Massengrab, oder ist das einfach nur Sand? Hier schlägt doch noch Zeug. Wo komme ich hier echt nicht wieder hoch? Oh, das wäre ärgerlich. Also hätte ich jetzt... Menno. Also ich muss jetzt wieder ganz nach oben rennen und wieder die Rutsche benutzen, um auf diese Zwischenetage zu kommen. Weil ich ahne, dass auf der Zwischenetage irgendwo so ein Pfosten ist, von dem ich das ran schießen kann. Ja, da oben ist der... Ach, da oben ist da der scheiß Pfosten auch schon. Ich sehe ihn doch. Einfach wo das Dach laufen. Ja, bis jetzt hat das Spiel mir keine Hoffnung gegeben, dass ich gut über Dächer laufen kann. Nee, es ist tatsächlich einfacher als gedacht. Ich muss nur... wieder nach oben. Ich habe wieder zu kompliziert gedacht, oh, die Drehung. Ich weiß gar nicht, warum mir jetzt eigentlich, wenn jetzt gerade in den Level so schlecht wird. Mit dem anderen Tomb Raider ist mir auch nicht, also... obwohl im anderen Tomb Raider ist mir auch schlecht geworden, aber nur in bestimmten Teilen. Das ist... Ich kann meine Motion Signals nicht so ganz einschätzen, warum die manchmal passiert, manchmal nicht. Es ist einfach nur die schnellen Bewegungen sind, ob die... Ah! Genau diese Bewegungen... Was soll das? Warum? Das ist... Das hat extra diesen Scheiß-Zoom auf das TCCP da oben gemacht, auf dieses Gelbe da. Grundlos. Und davon wird mir schlecht. Von so einem Scheiß. Was soll das? Mach es doch jedes Mal, wenn du da vorbeikommst. Das sind halt so schnelle, ruckartige Bewegungen, die nicht... Ich weiß gar nicht, ob es die schnellen Ruckartigen gibt. Vielleicht tue ich mir gar keinen Gefallen, wenn ich hier so langsame Drehungen mache. Vielleicht brauche ich tatsächlich lang... äh, schnelleres Zeug. Also... Ruckhaftes Dings, weil die langsamen Bewegungen mit mir schlecht werden. So. Also doch wieder hier runter. Dann muss man das machen, weil ich das letzte Mal schon instinktiv getan habe, nämlich hier springen. So, und jetzt... kannst du nämlich einfach... Äh... So springen? Ja. Ich kann ja noch Bollys werfen. Ich weiß nicht so richtig, wofür eigentlich. Oder sag jetzt, ich kann jetzt diese scheiß Propaganda-Flaggen hier verbrennen. Und das ist tatsächlich ein Ding, was ich sammeln kann. Nicht jetzt? Wirklich. Okay, wir müssen also ausschauen nach Kosmonauten-Propaganda-Post anhalten. Vielleicht wegen dem warmen Wetter. Nee, mir war es letzte Woche schon schlecht geworden. Böhm, war da gerade eine Höhle? Ich hoffe nicht. So, das... So, Böhm, hier müsste jetzt irgendwo der Durchgang sein. Der Rotbanner-Orden. Eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. Das wäre natürlich witzig, wenn sie ihre Kriegsgefangenen... Oder Quatsch, ihre Straflagefangenen mit Orden... Ist da noch was? Nee. So. Ach gut, wie mir das Spiel netterweise noch mal ungefähr 100 Pfeile gibt, damit ich auch ja das hier machen kann. Aber im Knast hat es mir keinen einzigen Pfeil gegeben. Okay, jetzt sind wir einfach rum. Eine Höhle unter mir. Pah. Ich meine es da. Pah. Da ist nur so Erde. Ich glaube nicht. Also zumindest laut Karte haben wir hier auch alles gesehen, was man so sehen kann. Hier gibt es noch so einen grünen Punkt tatsächlich. Ich weiß noch nicht so richtig, was er bedeutet. Er ist einfach nur da. Ich weiß nicht, ob das ein Sowjetpropaganda-Dings ist. Ich kann den auch hier sehen. Also keine Ahnung, was das sein soll. Ach komm, jetzt sind wir schon 20 Mal hier durch die Gegend gelaufen. Drennen wir noch mal hin. Einfach nur um zu gucken, was der grüne Punkt ist. Das ist einfach nur das Lagerfeuer. Das könnte das Lagerfeuer sein. Es ist nicht das Lagerfeuer. Ist das eine optionale Käse? Was ist denn jetzt der grüne Punkt? Ach, was ist das? Ich komme heute. Ich versuche jetzt seit 60 Minuten diesen Punkt hier zu aufklippen, aber das würde aber nichts. Was ist denn der grüne Punkt? Was? Ach so, jetzt kann ich hier den Shotcut drüber machen. Oder? Ne. Da oben stand ich da schon. Jetzt habe ich das Seifel, ne? Ist klar. Das ist nicht so der Move, den ich gemacht hätte. Bin ich nicht letztes Mal daran gescheitert, dass ich nicht gekommen bin? Oder? Ich hab doch hier schon mal versucht zu klettern. Hab dann entschieden, dass ich das nicht hinkriege. Meins heißt Jochen? Achso, das ist... Die Wand sieht so anders aus, wann die so untertexturiert. Oh, da wird sich texturiert. Wo geht die aus, die 1996 hier? Ach guck mal, jetzt kann ich nämlich... Ah, jetzt komme ich nämlich hier lang. Also wir kommen nicht weiter, weil ich anscheinend einem grünen Punkt gefolgt bin. Das ist die grüne... Ist der grüne Punkt jetzt in der Nebenquest? Was mache ich hier gerade? Junge. Ach, das da hinten ist die Brücke. Nee, das ist nicht die Brücke. Die Wand hier ist relativ schlecht zu sehen. Und der grüne Punkt ist jetzt da oben. Jojo. Boom, 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 boom. Und wir finden... Das könnte ich übrigens, glaube ich, nicht. Nee, ich kann das sicher nicht, mich so hochziehen. Das braucht übel die Kraft. Ach, wir finden... Ja, der andere muss durch die Lüftung abgehauen sein. Gerissener, kleiner Ratten. Oh, das ist ein Gegner. Cool. Gegner. Ach, ja. Ich mag der grüne Punkt halt auch der, äh, ist halt auch nur der Punkt genannt. Das Weltwerk geschützt und überwiegend in Europa als finanziehungsfähig für die Ternamen und dualen Sammeln und Verwertungssystemen. Ha. Gut zu wissen. Die haben auch keine Pistolen-Munition. Was ist denn hier los? Das finde ich echt nicht hülle, die alle Sturmüber-Munitionen bei haben. Was ist denn aus den guten alten Pistolen geworden? Hm. Es sieht aus, als würde sich nur kurz ein Päuschen beim Abladen gegönnt haben. Das kann ich hier wahrscheinlich reinkriegen, nehme ich mal an, oder? Ich nehme an der grüne Punkt so Nebenquest. Das sieht halt irgendwie so stumpf aus, ne? Was macht dann hier dieses... Soll es die Musik sein, dieses T-T-T-T-Geräusch? Ist der alleine? Hä? Achso, ich habe da die Hohspitz-Munition geladen. Na, das war natürlich wieder genial. Klick, klick, klick. Warum aber die Typen eigentlich aufgewacht sind. Ha. Ja, gut. Achso, das sind die Gefangenen jetzt. Okay. Sie? Immer so förmlich hier, ne? Dass hier auch niemanden duzt. Was hat hier nicht da für ein grünes Dings an? Sieht aus wie so ein Kleidchen, aber das passt ja alles für alles nicht. Ich reiße so ein bisschen dran, dann ist es fertig. Diese Wand leuchtet irgendwie unnatürlich viel. Kann sie zum Verlieben in der Generalseite. Also das war jetzt die ganze Quest. Das ist das Ding, was ich eigentlich die ganze Zeit schon machen wollte. Also der grüne Punkt sind Nebenquest. Stellen wir jetzt fest. Deswegen konnte ich auch gerade keine andere machen. Und ich hoffe, ihr seid noch fit genug, um hier auf diesen lustigen Lüftungsschacht rauszukommen. Oh, der sieht auch so aus. Wird er sich nur mal kurz ausruhen, ne? Ich spüre, wie toll die Karte da rausguckt aus dem Ding, ne? Geheimnis aktualisiert. Was bedeutet denn echt das Ding hier? Ach, da sind noch überall... Da sind noch überall Geheimnisse, die ich vorher nicht kannte? Ach, ne, das sind Überlebensverstecker. Achso, die könnte ich jetzt noch finden, oder was? Krypte-Eingang? Oh, den habe ich noch gar nicht. Ich muss natürlich nochmal Backtracking betreiben. Also wir kommen hier nicht mehr weiter. Also ich glaube, ich werde in diesem Ort hier ewig verbringen. Ah, das ist ja sehr schön. Oh. Für einen kurzen Moment hatte ich befürchtet, und sie besteht darauf, sich nicht festzuhalten. Das wäre ärgerlich gewesen. Auf so einen Eisbalken zu jonglieren, das ist übrigens auch so ein Ding für sich, ne? Ich erinnere mich damals, wo ich hier bei diesem deutschen Militär war. Zur Grundausbildung. Da, das war im Oktober. Also habe ich angefangen. Und da waren wir da, das ist, ich war in Bückeburg. Das kennt ihr vielleicht aus dem bekannten Ärzte-Song Straight Outer Bückeburg. Und das, das, die haben keine Hindernisbahn, weil das ist eher so, das ist eher so, naja, die haben halt nur so die Hälftezeit, wenn in der Stadt das nicht die größte Kaserne. Wenn wir mussten, um, 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 wie, so, so Sport zu machen, ist ein Hindernisparcours, der war halt im Minden. Und dann irgendwann im November, das war noch damals, in einer Zeit, wo es noch kalt war, im November, da sind wir dann nach Minden hingefahren, zum Hindernisparcours, um dort vor Ort zu erfahren. Ja, nee, also der Hindernisparcours, da können wir nichts drauf machen heute. Da können wir nur ganz wenig tun, weil es ist zu kalt und es ist leicht überfroren. Es ist so rutschig, der Balancierbalken. Also ich meine, es ist total vernünftig, aber wir sind ja den ganzen Weg da hingefahren, um denn zu erfahren, dass wir nicht balancieren können. Und die Hälfte von den Sachen nicht machen können. Dafür sind wir ganz viel geglitten. Glitten ist so ein, gleiten ist so ein lustiges Kriechen, auf den Boden. Macht total Spaß. Ja, habe ich. Na ja, auch so ein Infiltrierer. Gut Samaritan. Juhu. Äh, yay. Ja, die. Schön, schön, schön. Wir kommen voran. Oder auch nicht. Je nachdem.